Früher ist man ja gestorben, wenn man nicht richtig gelandet ist. Hehehe. Heutzutage ist das egal. Da wird's nix mehr. JAHUSA! Laterne! Woo! Laterne! Guck mal nach oben! Guck mal nach oben! Ohohoho! Ich fand das knapp. Oben knapp. Jetzt bist du übern Haufen geflogen. Nein, ich wär hier gegen diese Masken geflogen. Wie hier alles einfach nur rumfliegt. Ich würde mal interessieren, was dann passieren würde, wenn du dagegen knallst und tot bist. So, Bargeld kann ich dann wieder abheben. Ähm, wo waren denn jetzt? Hier waren wir, ne? Reile dich durch das Zeb zu kommen. Machen wir das? Machen wir das. Doch, naja. Ob man das jetzt haben muss oder nicht. Da ist noch ne Statue. Fingen wir eigentlich, wenn wir die kaputt machen. Keine Ahnung. Ich glaub, irgendein Ding, also es gibt da so Herausforderungen. Und mit manchen Herausforderungen schaltest du halt Kräfte frei. Hier ist Shawndy, weil hier ist Shawndy, äh, wird auf der Karte irgendwas von Shawndy angezeigt, über was das ist. Audio Lock wahrscheinlich. Äh, was ist denn das? Das ist dann irgendwo da oben. Ja. Wie kommt man da jetzt hoch? Wo sind denn von der Seite her? Äh, wie glaub ich, warum lauf ich hier hoch hier? Und was war's? Ne, haben wir noch nicht. Keine Ahnung, ich bin immer noch nicht hoch genug. Oh, ich bin an der Level gerennen. Hä? Was soll denn das sein? Ich weiß nicht. Hier oben, hier, hier. Hier ist es. Na ja, morgens früh um sechs. Oh, hier sind wieder ein paar herrliche Herrschaften. Ja, ich geh jetzt davor. Warum sind hier niemand? Da ist niemand. Hier ist einfach niemand. Juckt hier einfach nicht. Wie sieht ein Computer aus, wenn ich den finde? Na, wie ein Computer halt. Aber hier soll einer sein, aber wo? Ja. Was soll denn der jetzt sein, bitte? Juhu. Wait. Jetzt hier unten oder so? Oh, 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 oh. Nee. Wie soll der denn bitte hier sein? Wie soll der denn bitte hier sein? Hier ist genau da, wo er sein soll. Oben drüber ist er nicht. Hä? Kopierschnitt. Kopierschnitt. Alles auseinandernehmen. Ach, ich erinnere mich hier. Da hatten wir auch mal eine Mischung. Da ist der. Happen. Wie soll ich gehen? Wie soll ich auswählen? 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 Aber wenn der Herr von den Saints aufwählen Sie aufwählen Sie, und Sie machen Sie eine Offer, dann ist es etwas, was Sie considerieren. Ich mag die Idee, als ein Staatsmann zu sein. Ich habe meine Namen in den historischen Büchern. Das ist ein tolles Traum. Außerdem, ich sehe gut in der Kiste. Ich sehe noch besser auf Geld. Ich sehe noch besser auf Geld. Ich kann nicht vergessen. Und wo ist dann der Klimawandel dabei? und prechnen Sie? Bei ins тобой. Oh, нужно zu hören! 15 Sekunden. Aufwählen. Okay, Maateluise vor möglicher Werten. Mann, bin ich gut weggekommen, ey. Ich nett. Ich nett. Jetzt einfach alles mitnehmen hier. Ja, das nenne ich jetzt hier, mach Chaos, Lauf. Ja. Ich hab die Ausfahrt verpasst. Ist aber nicht schlimm. Da ist doch einer gekippt, ne? Ja. Wuhuuu. Wuhuuu. Ich glaube, sie können mich holen. Ich wollte nicht springen, nein, was sonst. Ich kann nicht glauben, ich hab das gemacht. Nooooo. Mal hoch. Ja, Gold. 35 Sekunden, ey. Die Zeit ist nicht einmal runtergegangen, weil wir die ganze Zeit die Checkpoints abgelaufen haben. Genau, 35 bis 25 hätten wir gebrauchen können. Mhm. Gut. Ja, 28 Level. Und du bist schon ab 20, wenn er sieben sind. Fast 28. Was? Ich bin wieder vor dir. Fragt sich nur, wie lange. Die ganze Zeit war ich vor dir. Was denn? Ach so, neue Kräfte. Zielerei. Boah, Stampfer gibt's neue Sachen. Distanz. Erhöht die Reichweite. Und Lähmungszeit des Stampfers für 20. Ja, gut. Die sind oben. Scheiße. Ja, ich hab noch nix, ich kann erst nix hin. Ich wollte eigentlich mal die Karte angucken, warte mal. Wir haben jetzt schon sehr viel eingesammelt, ne, muss ich sagen. Sehr viel freigeschaltet. Jetzt müssen wir da hinten, quer quer über die ganze Map. Ja, deswegen sag ich's ja. Also die Aufträge bringen eigentlich nicht so viel. Also das mit den Aufträgen zu machen. Weil ich das Spiel da halt nur einmal quer durch die ganze Map jagd. Deswegen ist es eigentlich besser, einfach das ganze Gebiet frei zu räumen und fertig. Oh. Ich wusste, es hat alles Potenzial. Also die Saints haben aus dem Spiel schon lange. So was? Wir hatten den Boss und wir hatten Johnny Gat. Was mehr haben wir noch? Ich wusste, ich war ein bisschen kräftig an den Ecken. Aber ich war bereit, zu lernen. Dann geht der Boss und schreibt mir die Sons von Sandi. Jetzt war das eine Drage. Ja, ich dachte eigentlich, es war eine Datenansammlung. Aber dann war's halt das. Siehst du das auch auf der Karte, was es ist oder nicht? Ja, aber ich habe das nicht auf der Karte gesehen, sondern so von Weitem in der Welt. Kultur macht Müll. Da ist nichts an hinten. Also wir tun wirklich eigentlich nur Daten sammeln, einen Auftrag machen, dann wieder Daten sammeln, dann wieder einen Auftrag machen. Immer so hin und her. Ja. Ich sage ja, wir müssten die Dinge einfach mal im Livestream oder einfach Offscreen sammeln. Ja. Wenn wir eigentlich Offscreen machen, passiert sowieso nichts. Eigentlich schon, ja. Weil du schon, äh, nicht so gut. Du bist ja gleich da, ne? Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, viele Daten. Was ist denn unruhär? Hä, hast du schon gemacht? Ach so, das war ein unruhär. Ich habe gedacht, das war so ein bisschen. Was müssen wir jetzt machen? Matt, lass mich wissen, wir würden dich in ein bisschen mehr Superpower-Training bringen. Good luck with that. Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir wieder tausend Meter weit laufen. Ich sage ja, das bringt nicht so viel. Das ist einfach nur Gehetze durch die Map. Die musst du eigentlich so, also das ganze Gebiet musst du eigentlich machen. Und dann die Aufträge. Weil, wie gesagt, was du schon erledigt hast, bleibt ja erledigt. Das musst du ja nicht nochmal machen. Ja, dann machen wir den einen noch hier fertig und dann machen wir dann keine mehr. Das macht ja keinen Sinn. Yo, Alter. Yo. 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 Yo, was? Yo, was? Ich renne hier gerade durch die Stadt und um mich herum fliegen einfach so viele Objekte, dass die Framerate runtergeht auf 15. Ernsthaft? Ja, weil einfach gerade so viele Objekte um mich herum geflogen sind, weil ich durch die Stadt hier gerannt bin und habe alles kaputt gemacht und alles. Hier ist so eine scheiß Sinjax-Statue. Ich wollte gar nicht hoch, aber... Ich wollte eigentlich gar nicht hoch. Ich bieg so ab, lass die Tasse los und da rennt die Weltwand hoch. Hier ist wieder irgendwo Sinjax-Statue. Sogar zwei Stück. Wow, wieder ganz hoch aufs Dach. Das ist doch scheiße. Und dann fliege ich zu weit, ernsthaft. Ey, deswegen hasse ich es, dass man zu weit... Da hat mir schon wieder Sinn. Ich bin immer noch nicht über 28. Sollte machen wir das jetzt hier mal. Lass es mal mal vorankommen. Oh Gott. Willkommen zurück zum Super-Power-Fight-Club. Fight-Club. Fight-Club? Ja. Okay. Ready? Wave 1! Man! Das ist, warum ich die großen Bucks geteilt habe. Ja, was ist so nett jetzt? Ich wollte gerade... Ich habe mehr, wo das kam. Steinicke. Steinicke. Ja. Finish. Die anderen müssen wir gar nicht töten, oder was? Einfach verteidigen, weil ich müsste auch hoch. Wenn du bist, bist du König, dann musst du es mehr als alles wollen. Sie müssen diese Umgebung von Feindlichen klarer halten. Ja, ich habe das gemacht. Wir haben hier eine Herausforderung zu den Thronen. Wave 2, komplett! Wave 3, kämpft! Hier kommen die Genki-Girls! Hier Wellen gibt es sogar auch einen Nöhn, ne? Ja, ich bin fast tot. Ciao! Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin über der Map. Hilfe! Ich komme hier nicht mehr runter. Ähm, ich hänge hier oben fest. Ich komme hier nicht. Ja, das ist ein bisschen suboptimal. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht weg. Ich bin außerhalb der Map. Ich komme hier nicht mehr weg. Was ist denn das? Warum bin ich überhaupt hier? Das geht nicht. Ich komme hier nicht mehr. Das geht nicht. Ich bin hier fest. Ich kann nichts zu liefern. Ich versuche gerade, hier alles allein zu regeln. Ja, das ist doch... Ich komme hier sowieso... Nee, also auch in die Runde zu Ende. Ich komme hier nicht weg. Das geht nicht. Das gibt es doch jetzt nicht. Du scheiß Viech. Hier, du willst mich doch verarschen. Lass mich doch mal hier raus. Das gibt es nicht. Das steht oben. Ja, Silber kriegen wir jetzt nur noch. Ja. Ich komme da nicht hoch. Ungefähr. Ich bin jetzt sowieso nichts mehr. Ich bin hier oben fest. Jetzt ist er unten. Jetzt ist er wieder oben. Ich komme hier nicht raus. Was ist denn los? Wer hat das gemacht? Hier kommt der Herr der Ronin selbst. Junichi! Das ist doch scheiße. Du bist ja echt tot. Das gilt nichts. Ich würde mich ja gerne töten lassen, aber es geht ja nicht. Kriegst du das? Ich habe doch noch den Lebenssauger. Ich kann ja gerade mal... Ich kann auch kein Blas nach unten schicken. Ich kann nichts machen. Ich bin großartig. Ne. Also ich bin hier oben fest. Also ich bin... Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin hier oben fest. 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 los machen fertig, jawoll das hast du alles alleine gemacht, ich konnte ja nicht sagen, das ist total scheiße ah, jetzt muss er sich wieder rum bangen nein Marcel, du hast jetzt nichts gemacht ja du machst einfach nichts, du packst dich da absichtlich in irgendeine Decke rein nur dass du nichts machen musst ernsthaft, krass das ist doch scheißegal, habschor wir haben es geschafft ey scheiß voll der scheiß ohne den lebenssauger hätte ich es aber nicht geschafft ja scheißdreck also ist die superkraft schon mal geil lebenssauger ja 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 ja, der Meinung bist du doch auch, oder? ja, geht ich mein den Typen hier was hat den Typen hier verdient endgüse genug das braucht man doch gar nicht mehr für übel ein attentat auf das feindliche programm nur noch mal so gut warte 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 Prozent Gleiter wenn man nicht Prozent Fahrzeuge Prozent weithändige MPs bei der Pistolen das ist Munition Spezialwaffen eigentlich ne warte mal MP kaufe ich mir Munition und nochmal und nochmal das vierte kann ich nicht maximal umbegrenzt MP Munition ja Level 50 ja wo ist denn das dann eigentlich mit äh Spezial ah hier Spezial das muss ich eigentlich auch kaufen jetzt habe ich kein Geld mehr nur 400 also die Munition dafür zu kaufen das bringt nichts also dadurch hält die Waffe nicht länger glaube ich ne aber was ist denn das scheiß Ding alter das soll doch mal stehen bleiben jetzt ist nervt ja immer richtig Hau ab so Ziel eliminiert fertig Ruhe im Schacht Kugel bleib stehen ich hatte dich doch gerade ich hätte nur E drücken müssen da haben wir dich doch trifft dich mit Shondi auf dem Schiff mach das oder soll ich es machen und tschüss und tschüss ja jetzt bin ich wieder weg jetzt bin ich wieder da richtig fett am Start meine Freunde hier ne ja was ist jetzt hier mit Schauen Gott ich liebe wissen wir müssen Zinyaks Blut zu boilen keine Grunde zu stoppen jetzt geh zurück in und ich gebe dir mehr Wow er hat wirklich Spaß gemacht das hat sie gesagt wie jawohl ich hab das Mörderboot mit heim gezahlt fertig gebaut ja ja Aufträge immer noch 10 Fahrzeuge Cybers oh meine Güte was wir hier alles noch bekommen ja alter Primäraufträge was wir jetzt haben der Boss geht nach Washington rette Pierce rette King rette Asha ach jetzt holen wir hier die ganzen Leute aus der Simulation raus mhm ach den Pierce den vermisse ich echt den müssen wir echt retten ich wollte eigentlich sagen dass wir das in der nächsten Folge äh in der nächsten Aufnahme machen ja willst du jetzt schon aufhören ja ja schon nicht schlecht nicht schlecht ja gut meinetwegen jetzt können wir ja bis dahin mal so ein paar Daten sammeln können wir machen die werden ja jetzt auf der Karte angezeigt kann ich ja auch machen jetzt gleich ich muss das mal ich denke mal ich muss aber da dabei sein ja du musst hier drin bleiben du musst halt in-game sein aber du musst dir nichts machen kannst du ja austappen so lange ach Mensch was machst du hier es ist lustig dich in eine battle so wie das aber ich glaube du machst nicht ein schreckliches Job ist das Sturm ey ja gut dann äh muss ich mal sagen das war war es jetzt erst mal egal dass ich sie da war es erst mal für heute für jetzt für die Folge die Aufnahme die weiß ich nicht wo bist du eigentlich ich bin auf dem Schiff Mann ich hasse diese Sprünge Mann Hallo Roboter Ich bin glücklich Kinsey konnte mir ein Körper in der realen Welt als well dies ist viel mehr satisfying da will ich hin warum sieht mich als ob ich sie in ihrem Schiff ich bin glücklich Kinsey konnte mir ein Körper in der realen Welt als well dies ist viel mehr satisfying jo da hat er recht der Sid einen Körper in der realen Welt zu haben ist eigentlich schon ganz nice ja dass er keinen hat verstehe ich auch nicht so ganz du bist da einfach aufgetaucht auch gut ja klar ich müsste ja der Körper da drin bleiben ne ja eigentlich ja schon das hätten sie ja einprogrammieren können naja gut dann wie das aussieht Treppe oh ich bin gestolpert aua aua was da ist auch gestolpert naja ich wollte nach hier gucken computer benutzen audio log sex adventure wie haben wir denn da zwei Stück meine Jugend das geschiebene Wort man sind Weihnachtstext adventures haben wir das gemacht eigentlich ne ne ich spiele jetzt billiard das Weihnachtstext haben wir nicht wie viel von dem Weihnachtsmann wie viel an den Weihnachtsmann Piers ne komm äh hallo ich komm mir denn mal raus äh escape vielleicht durchschau hörst du das nicht was weiß ich was für die Taste du drückst hä warum geht das nicht mehr ich hab da nur er zurückgedrückt ja toll ja toll ja dann äh kann ich nix mehr machen da müssen wir das Spiel jetzt wohl beenden ja ich sage also dann bis zur nächsten Folge ja bis zur nächsten Aufnahme dann tschüss 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 warum ich muss das wirklich Alter 4 drücken aber dann ist das noch nicht gespeichert oder ja doch der ist gespeichert bis ich ins ship gegangen bin oder ja Autosave hat er auf jeden Fall ja genau, müsste er ja eigentlich keine Ahnung, kapiere ich nicht